Wie wichtig es ist, digital gut aufgestellt zu sein, das erleben wir gerade an Schulen. Mein Name ist Bernd Gebert, ich bin Gründer der gemeinnützigen Initiative Das macht Schule und von der Aktion PC-Spende. Das Kernproblem an Schulen? Fehlende Hardware, in der Schule wie auch zu Hause. Deshalb freuen wir uns, dass das Aachener Dienstleistungsforum für jeden Teilnehmer etwas für die Digitalisierung an Schulen spendet und damit unsere Aktion PC-Spende unterstützt. Herzlichen Dank dafür! Wir helfen, als Das macht Schule, Lehrkräften Schulen als einen Ort zu gestalten, an dem man fürs Leben lernt. Als vielleicht den wichtigsten Ort einer Gesellschaft überhaupt. Wir fördern Teilhabe mit Fokus auf Lebenskompetenzen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. In dem Zusammenhang vermitteln wir eben auch gebrauchte Hardware aus Unternehmen kostenlos an Schulen. Bisher im Gegenwert von über 5,7 Millionen Euro. Und davon konnten bereits mehr als 200.000 Schülerinnen und Schüler profitieren. Damit nun die digitale Schere nicht immer weiter aufgeht, brauche ich Ihre Mithilfe. Bitte helfen Sie uns, die Aktion bei Unternehmen zu verbreiten. Und auch an der Schule Ihrer Kinder. Und unterstützen Sie unsere Aktion mit einer Geldspende. Einmalig oder regelmäßig. Sozusagen als Digitalisierungspate. Herzlichen Dank dafür! Hier kommen die Links. Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!